Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir fahren jetzt zur Post, also zur Packstation, weil eine Zuschauerin hat uns was geschickt. Das wollten wir abholen, weil wir diese Woche gar nicht dazu gekommen sind. Müssen wir das jetzt machen. Und ja... Zuschauer? Ja, die ist eine Zuschauerin von uns. Welches Zuschauer? Dieses Mädchen, die uns diesen Bilderrahmen geschickt hat. So... Selfmade und ein Strisch Present. Und ein Strisch heißt sie auf Instagram. Oh, ich hoffe es ist nicht zu laut. Ich zeig euch auf jeden Fall das Bild jetzt gleich. So ihr Lieben, wir waren jetzt bei der Packstation und ich habe das Paket abgeholt. Das war auf jeden Fall schön verpackt. Also so, dass es nicht kaputt gegangen ist. Es ist alles heil angekommen, Melissa. So, da dran war noch so ein Schild. Für die liebe Lina. Ich hab's auch schon vergessen, diese Nägel zu lackieren. Und dann steht hier Lina. Elblat guckst du, Janet guckst du durch. Also... Der Geruch von einem Kind ist der Geruch vom Paradies. Das sagt man ja bei uns. Und ich finde das sehr schön. Also wenn ihr solche Bilder haben wollt, dann guckt gerne auf Instagram vorbei. Der Name ist unten verlinkt. Und... Dankeschön. Das ist jetzt das zweite Paket von einer Zuschauerin von uns. Wir haben ja schon mal für... Ne... Das ist das dritte. Wir haben ja schon zweimal für das Geburtstag was bekommen von Lina. Und jetzt noch was. Gefällt's dir? Ja. Schön, ne? Schön. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall zu Mama. Wir müssen ihren Schrank abbauen und danach fahren wir ein Shisha-Video drehen. Und Shisha rauchen. Ich weiß nicht was ist, aber ich... Orangina. Das ist das gleiche. Das... Krass, wie das zugemacht ist. Mit Arbeitslögen. Also bis gleich. Wir sind gleich am Rhein. So, wir sind jetzt hier am Rhein. Lina rennt. Sieht man hier mal überhaupt? Keine Ahnung. Wie viel kann es hier? Es ist so warm. Warum hat sie einen Erkern gezogen? Ist hier kalt? Guck mal, Schatz. Sie haben hier geschlafen. Was? Sie haben hier geschlafen. Das ist wirklich schön und warum nicht? Lina? Sag mal Hallo! Das juckt die gar nicht. Die rennt dem Hund hinterher. Der ist da irgendwo. Au! Dein Kuss hat die umgekippt. Dein Kuss hat die umgekippt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wenn das so weitergeht, müssen wir dir auch ein Wow Wow kaufen. Guck, 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 guck. Die läuft so süß, ja. Langsam. Ist da ein Hund? Boah, hier sind so viele Pollen. Ne? Nicht normal. Guck mal hier auf dem Boden. Da. Guck mal hier auf dem Boden. Guck mal hier auf der Erde. Guck mal hier auf dem Boden. Your dark brown eyes reflect fireflies Living bright nights, getting me high on life It's a night to stay up late Things we have to do can't wait We've got catching up to do There's a glow about you This is a perfect night to catch a cold Turn the full length up on your show Stay up for the summer, make a wish There's no way we'll be forgetting this We'll take a long walk Till we start to freeze Hearing small talk over the summer breeze Out of safe songs, finding hidden caves All the wet stones shaped by the ocean waves It's a night to stay up late Things we have to do can't wait We've got catching up to do There's a glow about you This is a perfect night to catch a cold Turn the full length up on your show Stay up for the summer, make a wish There's no way we'll be forgetting Listen to old songs in headphones Don't wanna wake up tomorrow I know a place, would you like to go I know a place, would you like to go You love the view from up there, I know This is a perfect night to catch a cold Turn the full length up on your show Stay up for the summer, make a wish There's no way we'll be forgetting This is a perfect night to catch a cold Turn the full length up on your show Stay up for the summer, make a wish There's no way we'll be forgetting this Turn the full length up on your show Turn the full length up on your show People say we have the Wohnungs sauber gemacht Wäsche, alles mögliche Wir haben die Küche umgestellt Also ähm Wie heißt das, die Mikrowelle und so Jetzt chillen wir Wir warten auf Shea wohn Fl cancers стройnen Die warten auf die Jungs Hallo ihr Lieben. Alles klar, wie gehts euch? Wie gehts Familie, Kinder, Brüder, Schwester? Ich warte auf meine Mutter, die ist gerade mit dem Auto unterwegs. Okay, ihr Lieben, ihr habt das Lied von meiner wunderschönen Frau gehört und die Reaktion, ja richtig, Reaktion von mir. Freut mich, wenn du kommst, ruf Anja, weil Wiener schläft. Reaktion ist richtig. Scheiße, auf Reaktion hättest du gedacht, dass wir so viele Klicks machen? Also wir hatten in einer Stunde 300, 400, 500 Klicks. Auch wenn du kein Klicks damit gemacht hättest, wäre mir sowieso egal, weil du das für mich gemacht hast. Oder hast du für die Zuschauer gemacht? Nein, also auch diese Daumen nach unten. Leute, jetzt hast du nur viel Geldwerbung gemacht, damit ihr bescheid wisst. Das war nicht für mich. Genau, das ist alles gespielt. Ja, und was wollte ich jetzt gerade sagen? Du hast jetzt einfach reingeschissen. Eure Reaktion. Eure Reaktion. Hol mir noch. Ja. So. Ihr werdet das... Wir haben nicht mal einen negativen... Lass mich doch... Achso. Schatz, das ist dabei. Ich hab das... Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft. Okay, bitteschön, Rede. So, ihr werdet auf jeden Fall das Video sehen, wie ich drauf war. Also wenn ihr das Video... Nein. Wenn das Video kommt, haben die das schon gesehen? Ja, ich weiß. Ja. Also... Ihr werdet fragen, auch der war nicht... Also der ist nicht so aufgeregt oder was weiß ich. Doch, Leute. Aber ich hab wirklich in dem Moment keine Luft bekommen, wenn ihr das Video... Das sieht man, Schatz. Genau guckt. Das sieht man. Also ich krieg unnormal schwere Luft. Das merkt man. Ich fang an zum Zittern und zum Weinen. Aber dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Da ist die Kamera, halt das durch. Weine nicht. Aber das sieht man. Aber der hatte ein Taschentuch oder sowas in der Hand. Der hat nämlich das Cockpit sauber gemacht. Mhm. Und der hat die ganze Zeit dieses Taschentuch. Aber ich war selber voll verheilt. Also was ich euch jetzt sagen wollte. Ich bedanke mich natürlich bei meiner Frau zuerst. Für diese wunderschönen Wörter. Eine Knutschi. Ich liebe dich. Und natürlich, ich bedanke mich viel, viel mal bei euch. Ich auch. Also ich schätze niemals damit gerechnet. Dass ihr diese ganze schöne Kommentare geschrieben habt. Und wir haben... Also sie hat niemals damit gerechnet, dass sie so viele schöne Kommentare kriegt. Also ich habe mir gedacht, komm, jetzt kommen voll viele schlechte Kommentare. Wie gesagt, die Daumen nach unten sind mir egal. Weil das ist irgendjemand, der sich hinter dem... hinter den Facetten versteckt. Also wir sind sogar froh, wenn jemand den Stand dieser Daumen nach unten gibt. Sondern irgendein schlechter Kommentar schreibt. Oder seine Meinung sagt. Genau, das bringt mir ja näher. Dann weiß ich, okay... So. Aber nicht einfach nach unten drücken und wir wissen nicht warum, wieso. Also uns ist Liebe, wenn ihr was schreibt. Deswegen ist mir das egal. Deswegen ist mir das egal. Also über 100 Kommentare und so viele gefällt mir. Also wir bedanken uns bei euch wirklich. Wir lieben euch. Wir lieben unsere Zuschauer. Ihr seid unsere Herzschönen. Herzschönen. Und wir wissen nicht, was wir... Also ich weiß nicht, was ich noch sagen kann. Ich habe das seit vorgestern bestimmt tausendmal gehört. Weil ich mir dachte, scheiße, mache ich irgendwas falsch? Singe ich was Falsches? Und Furkan meinte zu mir, Abna, eigentlich sollte auch das Lied so oft hören. Aber du hörst das Lied. Aber ehrlich, also damals, ich habe ihre Stimme gehasst. Aber Leute... Also es gibt ja Lieder, du hast doch ein paar Lieder auf YouTube. Also das ist einfach nicht so gut. Die Lieder auf YouTube sind noch gut. Schatz, damals, du konntest einfach nicht singen. Gib doch einfach zu ihr. Die Lieder, die ich auf dem Laptop habe, sind grässlich. Glaub mir. Du hast noch, ich glaube, sechs Lieder auf YouTube. Auf unserem Kanal. Die sind auch scheiße. Danke. Bitteschön. Das ist die Wahrheit. Aber eins davon ist schön. Damals, ich habe deine Stimme nie gemucht. Das weißt du. Gemucht. Aber jetzt, das hat sie wirklich schön gemacht. Und wir sind am überlegen, dass wir in Zukunft, dass wir zusammen ein Lied singen. Also ich traue mich das auf jeden Fall. Aber... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich traut. Aber... Wenn du vor der Kamera stehst und wenn du eins, zweimal, wenn Daniel sagt, du hast das falsch gesungen. Ja und? Ah, abfacken. Nein. Nein. Eigentlich will ich dieses Lied. Ich gebe nicht auf. Du weißt das. Leute, kennen die mich überhaupt? Ich will ein Lied schreiben, selber. Aber du willst ein bekanntes aufgeben, das will ich nicht. So, ich will ein bekanntes, also wir wollen so machen, dass sie auf Türkisch oder auf Deutsch sind und ich auf Kurdisch und ein bisschen Deutsch. Kriegen wir das schon hin? Du auf Deutsch? Warum nicht? Ich spreche doch gerade Deutsch lang. Ah, ich bin echt gespannt. Ich will. Leute, also wenn ihr ein Lied mit uns zusammen wollt, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Kennt ihr diese YouTuber? Aber wir versprechen nicht, wann wir dieses Lied machen. Also das kann auch in einem Jahr kommen, das kann auch in zwei Jahren kommen. Das kann auch nächste Woche kommen. Lass was überall. Und jetzt warum guckst du mich so? Die denken jetzt, dass ich lüge. Nächste Woche geht auf keinen Fall, weil die Termine sind ja Ende Juni wieder frei. Und voll viele haben gefragt, wo dieses Tonstudio ist. Das ist nichts Professionelles. Ihr habt auch gemerkt, die Qualität war sehr schlecht vom Video. Aber ich finde, die Qualität ist nicht so wichtig. Es ist sehr wichtig, ob das Lied stimmt. Habt ihr ja bei WG gesehen. Also mir hat das gefallen. Und was die Zuschauer dazu sagen, das ist deren Meinung. Und eure Meinung akzeptieren wir. Egal wie, was, wie ihr das schreibt. Schön, hässlich. Das akzeptieren wir. Also. Es gibt Lieder, die mag Aude und ich mag ihn nicht. Oder es gibt Lieder, die ich mag und Aude mag ihn nicht. Und von daher ist alles gut. Und ja. Also. Ich mag Sache. Das Lied hat mir echt gefallen. War zwar ein bisschen so die Wörter, also nicht traurig, aber das geht so tief in dein Herz rein. Und dann gehe ich wieder hoch und dann runter und dann hoch und dann runter. Aber Leute, ich wollte das nicht zu traurig machen. Also so richtig Dammare und Heulen und sonst was. Dammare und Heulen. Deswegen habe ich, wie heißt das? Deswegen habe ich so ein Instrumental genommen, was so eher lustig war. Und übrigens spielt gerade meine Mannschaft Ronaldo. Hallo. Hallo Madrid. Also. Bester. Oh, scheiß Barcelona. Ich hasse diesen Mann. Dieser auch. Scheiß. Ja. Spät gerade Real Madrid und Barca. Wir warten auf die Jungs. Wir warten auf die Jungs. Die werden ein bisschen spät kommen. Und ich glaube, ich schreibe die, die sollen nicht kommen. Einer ist Deutsche und einer ist Kurde. Also bei den Deutschen ist das egal, ob du absagst, ja sagt, nein sagt. Die werden das nicht so ernst nehmen. Aber bei Kurden, dann haben die irgendwie. Nein, Schatz. Du kannst doch nicht jetzt absagen. Warum nicht? Das sind doch keine Freunde mehr, Schatz. Ja. So oft die hier sind, sind die nicht mal zu Hause. Silan ist bestimmt auf Klo. Der Junge fress so viel am Tag. So meine Freunde. Ich muss das Wort in meinem Programmsystem einfach löschen. Wie? Ihr Lieben, ihr Süßen, das muss ich auch löschen. Ja, ihr wisst. Schatz, was redest du für Müll? Du ziehst das voll in die Länge. Wir werden uns später melden. Danke schön! Tschüss! Bei mir. Warum Tschüss? Bis später? Was heißt das? Tschüss. Bis zum nächsten Mal.